Wer ist denn der Rechtsextremist? Ich will sie nicht falsch zitieren, so in etwa. Oder uns nicht klar abgrenzen oder ich weiß nicht. Die Frage war, ob sie das tun. Ja, das Problem ist ja heutzutage, was ist denn rechtsextrem? Also diese Behörde aus Köln, die von Herrn Haldenwang geführt wird, die kann ich da nicht mehr als Maßstab ernst nehmen. Herr Haldenwang ruft jetzt neuerdings als Behördenchef zur Teilnahme an Demonstrationen. Allein das sehe ich schon als sehr problematisch an. Er versucht ja nicht mal mehr, den Eindruck zu erwecken, dass er irgendwie als objektiver, neutraler Beamter agieren würde. Deswegen muss man Verfassungsschutz mittlerweile schon mit großen Anführungszeichen sagen. Und Ähnliches gilt für die sogenannten Rechtsextremismus-Experten, die ja gerne mal in verschiedenen Medien eingeladen werden, aber selbst sehr tief in die linke Szene verstrickt sind, wie Herr Kemper. Also ich weiß nicht, ob wir da dieselbe Definition von dem Wort haben.